Moin moin Freunde und herzlich willkommen hier zur nächsten GTA-Aufnahme-Session. Woohoo! Die geht... Nice. Die geht diesmal, äh... 30 Minuten Start. 15 Minuten. Wenn wir auch die geilen Infernus hier gefunden haben. Hui! Gucken wir erstmal, äh... Wir machen... Das hier. So, wir machen erstmal die ganzen Nebenmissionen weiter. Einfach weil... Es ist noch eine Stunde Zeit ungefähr, bis ich die Folge hochgeladen habe. Bis dahin muss ich fertig sein. Deswegen mache ich jetzt nur eine halbe Stunde. Das ist eine Katze! What? Die... Katze passt... ...unters Auto durch. Krank. Okay. Auch gut. Haben wir das auch schon mal geklärt. So, unser geiler Infernus. Hui! Miau. Häh! No. Das ist unser geiler Infernus kaputt. Bin ja gespannt, wann wir endlich die Karren aus der Garage rausholen können. Weil dann wird es eh nur noch T20 gecruise. Hey, you don't see me driving here? It's right. So, jetzt bin ich gespannt. Was gibt es hier? Yo, was gucke ich, mein Bruder? All right, man. This one I got. I'll hit you when it's done. Hey, I sourced a new color of yarn. Yo, you're Beverly's boy? Shit, I guess I am, huh? They're round back. Heavy security. I'd take a photo from the roof if I was you. Okay, I gotta go. This conversation never happened. Yeah, I got you, homie. It's good. From the roof. From the roof. From the roof. I am on holiday. I mean, apart from a few photoshoots with orphans and cripples, but like, I could do that in a coma. They really are the same, the whole world around, you know? Okay, give me a second, huh? So like, back in England, my help would like totally do this for me. But they're like super scared of being arrested and totally banged by some scary dudes in US jail. They're like, so ghastly. It's just, it's such a total drag. I mean, the UK-Taklayer gives them money, to protect me and be my servants. Oh, oh. Ich glaube, ich wurde entdeckt. Hängenleibwichter ab. Machen wir mal ganz schnell. Shit! Shit! Haben die mir einen Platten geschossen? Tatsache! Holy shit! Die schießt mir einfach einen Platten. Das heißt wohl, ab auf die Autobahn, neues Auto klauen. Nimm mich. Aua! Ach, come on. Wollen wir sogar noch Bullen. Bullen und Leibwächter! Ach. Ah. So. Ich glaube, die Bullen kriegen mich jetzt nicht so leicht. Hm. Hier stehen gerne Autos rum, wa? Diesmal steht hier K1, okay. Jetzt geh doch weg, du Kackstern! Ein Bullrevier will ich jetzt nicht vorbeifahren. Boah, meine Fress, wann geht dieser Drecksstern weg? Jetzt bedrehe ich mich auch noch. Komm schon, Bro. Geht doch. Komm schon, Bro. Komm schon, Bro. Geht doch. Incredible, dude! That photo is solid gold. This is bigger than climate change. Imagine the headlines. All those highness puns. I am gonna be rich. Don't you mean we? Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Mi casa, tu casa. You know. I'll catch you later. I need to get this to print. Okay. Wie stand denn? Und zwar... Das ist jetzt ein erhebsten hier, ein cooler Knipser. Ja... Ja... Pfff... So, was haben wir hier? Solomon. Was war Solomon nochmal? Hm... Wir haben hier überall noch Kram, ne? Vor allem haben wir nicht die ganze Karte erkundet. Was? Warte. 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 Wir machen erstmal... Wir müssen erstmal was nachgucken. Unser Geld! Das geht halt schon wieder runter. Warte mal. Verlust. Und wenn ich Verlust mache? Okay. Okay. Ähm... Dann fahren wir... Oh... Leggedy-Leg-Leg. Devin... Dann müssen wir wohl zu Devin fahren. Oh! Damn! Was hab ich denn hier gefunden? Mh... Mh'm... Damn, Das' my car. Oh 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 oh. Oh, mit ner Waffe bedrohen. Sundered! Nice! Nice nice nice... Ja, ist mal geekes Auto geklaut. Ist ja nicht das Beste, was man bekommen kann, aber wenigstens etwas. Das ist dumm, ja, anstatt mit dem Auge, ja, natürlich er mitnimm. Hm. Hm. Was? Ja, das ist ein Freund. Namaste. Das ist ein schönes Wagen über das Wagen der Freundschaft. Oh, natürlich, du musst dich sein. Das kommt von dir? Bitte. Hm. Was ist passiert? Du wirst auf die Träfte, gucke, und du wirst du zwei Kinder von Vertrauen, die ich wissen und sehr intensivieren. Warum? Wir können einen guten Preis für die Fahrzeuge in Asiak. Du hast alles gut geholfen. Du bist gut geholfen, Schuhgertits! Ja. So, was ist passiert? Ohohohoho! Du, du, du musst endlich erst mal verstehen, dass du dein Kindes träumst und Dress auf als ein Kopp! Herr Weston, das ist die Autosache. Okay, das ist die Autosache. Okay, du bist ein Darwinist-brother, okay? Einige Prospere und einige Struggle. Jetzt bist du von deinem Geheimnis? Das ist dein Glück! Es wähle! Jetzt, wirst du das tun, oder hast du einfach dein Level in der Leben gefunden? Ich glaube, wir finden es. Ja, ich glaube, wir werden, Homie. Okay. Warum muss ich denn jetzt hier rein? Ich will mit meinem fahren. Meinen ist viel cooler. Warum kann ich den nicht abbehalten? Das Auto wurde beschädigt! Alles klar. Okay. Ich darf das Auto nicht beschädigen. Okay. Der Wind hat es anscheinend eilig, ey. Ich darf das Auto nicht beschädigen! Boah! Boy! Oh mein Gott! Ja, die Klappe. Das Auto klingt gut. Joah. Jetzt muss ich natürlich hier hoch. Natürlich ärgerlich, ne? Alter, es ist... Das Auto sieht schon geil aus. Muss man mal ehrlich sagen. Das war nicht unbedingt meins, aber... Hat Stil. Okay, Mann. Schau. Ich sehe dich bald. Ja. Wir holen dich durch Grape-Seed. Geh die Fahrer da. Und schau sie mit der Geschwindigkeit. Vor allem, ich darf das Auto nicht beschädigen. Aaaah! Ist bisher noch kein Kratzer hier. Ich sage dir, 2,7 Millimeter. Hey! How about we see which one of you two is for real? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mom. Ooh! Ooh! The fool wants to race us! We were just getting out of here anyway. Alright! Alright! Und die fahren natürlich die Krankenkarren, ne? Eiii... Oh, was war das da vorne? Und nochmal Tourismo. Und ein... Aber was war dieses All-Time-Classic-Auto? Fuck! Ah ja... Ja. Uh! Und... Oh, was fährt der hier vorne? Einer von den beiden fährt auf jeden Fall ein Tourismo. Das wäre so schmerzhaft geworden mit dem Bus. Boah, der wechselt den Gegenverkehr. Oh mein Gott! Das war nicht mehr der Gegenverkehr. Oh shit! Das war nicht besser! Oh, shit. Was. 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 We. Was. Was.